So, und da sind wir auch wieder zurück bei Crysis Ja, ich kann dich aber sehen Ähm, so Wir brauchen immer noch was zum Knallen, so wie es aussieht, ne? Äh, ha, ha Wo krieg ich denn was her? Erzählt doch mal was, Leute Wir müssen erstmal hier aus dem Gebisch raus Ne, wir bleiben drin Wir laden uns erstmal wieder auf Ja, weiß ich, weiß ich Ähm, so Lad mal auf Und dann verpieseln wir uns hier ganz Klamm und heimlich Was müssen wir erstmal machen? Sicher den Bar auf, ist klar, sabotieren sie das Neutronomone Stunzer Blablabla, zerstören sie Flugabwehrgeschütze Okay Dann gehen wir erstmal Richtung Äh, Militärbasis da Das Ding abschalten hier Ne? So, das sabotieren wir jetzt erstmal Das nordkoreanische Munitionslager Meine Freunde So Immer schön den heimlichen hier machen Immer schön durchs Gebüsch, ne? Da hat man am wenigsten Ärger Ich würde ja auch gerne das Auto jetzt nehmen Aber dann fliegen wir sofort auf Jo Maximale Panzerung So, der Heli kurft hier auch noch irgendwo rum, ne? Das ist ja mein Lieblingsfreund Den hab ich ja mittlerweile ins Herz geschlossen, ne? So Ich flog Abwehrgeschütze, die erstmal jetzt mal liegen Weil wir kümmern uns erstmal um dieses Munitionslager der Nordkoreaner Obwohl, auch wenn heutzutage, glaube ich, in Nordkorea kein Krieg mehr ist, ne? Ich glaube, dass es heutzutage da immer noch so schlimm ist, dass die Leute da wirklich nichts zu essen haben oder sehr wenig, ne? Maximale Panzerung Und, äh Die Regierung da von Von Aus dem Aus feinstem Äh, wie sagt man? Mit, äh, feinsten Sachen lebt Also das Beste bekommt, das Beste zu essen bekommt Alles Und, äh Finde ich furchtbar, dass die Menschen da nichts haben Ah, finde ich schon doof, aber Naja Finde ich nicht richtig So Oh, oh Da müssen wir springen Mist Ähm Maximale Panzerung Können wir den Heli irgendwie ausmachen? Wo ist denn der? Hm Maximale Stärke Oh, ich wusste es Okay, das war ein Visaplan Mist Gut, dann, äh Müssen wir mal hinten rumgehen Jetzt weiß ich, dass die Leute da in Saus und Braus leben, die Regierung Das meine ich, genau Das ist nicht richtig So Ey, ohne Witz, ne? Wie der uns verfolgt, der Sack Haben wir noch was? Warte mal Ey, wir haben keine Raketenwerfer mehr Mist Können ja mal kurz die Waffen ein bisschen aufpumpen Obwohl, ne, das ist eigentlich schon gut so So Ja, ja Ey, schade, dass wir das nicht irgendwie skillen können Dass die Energie ein bisschen länger hält Also ich glaube Ich glaube, das geht erst ab Crisis 2 Da konnte man ja so, glaube ich, so Upgrades freischalten Das werde ich wohl jetzt auch noch in Let's Play Crisis 2 Und natürlich den dritten Teil auch noch So Äh Maximale Panzerung Du siehst mich nicht Du siehst mich nicht Oder doch Verdammt, du kannst mich doch sehen Sowas Blödes Aber das war schon beim Kontrollprogramm Ist super Oh Alter, ist der aggressiv, der Heli Mann Wir haben auch keine Ruhe vor dem Vor dem Typ da oben Das ist ein richtiger Typ, ey Ohne Witz So Jetzt gehen wir erstmal hier weiter Oh Ach So ein kleines Dorf Das freut mich doch Aber ich muss da lang Mist Sollen wir das Auto nehmen? Komm, wir machen es einfach mal Ja, dann kriegen wir uns mal hier Ich sag nur Let's Play Need for Speed Crisis So Oh, der hat uns schon getroffen Scheiße Oh, da sind Soldaten Scheiße Oh, nein Und das Evil Chicken ist auch da Nein Oh, oh, Mist Oh, 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 oh Leute, ich bin gar nicht Oh, 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 oh Ah, oh, oh oh äah, oh, oh, oh Oh, 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 oh Ja is ja wieder bestens Musque ich mir nochmal verstecken Oh, oh oh, oh Oh, 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 oh that Ja, dann find mich doch. So, wo ist das Ding da hinten? Okay. Ach ja, ich entscheide mich immer lieber für die stealthiger Variante, weil die hier finde ich nicht so gut. Wenn wir das jetzt gemacht haben. Ja, ich gebe dir Deckung. Geh rein. Da ist keiner drin. Ich bin ja schon froh, dass wir uns hier im Gras so halbwegs verstecken können. Dass es keiner sieht. Ja. So ist das, mein Freund. Nee, so ist das, mein Feind. Ja, ich bin ja unsichtbar. Kannst ja nicht sehen. So. Das ist doch schon mal sehr gut. So, jetzt warten wir hier nochmal kurz. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Ah, hoffentlich sieht uns jetzt keiner. Komm, 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 komm. Okay, weiter. Tarnfeld aktiviert. Jo. Ah, da hinten in diesem, in diesem Gebäude da scheint es zu sein, beziehungsweise in diesem Hangar. Da war der Panzer. Oh, da steht ein Panzer. Ist der Heli hier? Nee. Okay. Okay. Ja, ich habe eine kleine Idee, was den, was den Panzer und den Heli angeht. Ich hoffe, es hat den Heli gleich mal gut lang geht. So. Okay, wir haben uns erfolgreich durchgestrichen. Das ist schon mal sehr gut. So, wo ist das Ding? Oh, da steht noch ein Panzer. Und der kann vornach sabotieren? Ja, wie denn? Ah, ich weiß schon wie. Haben wir noch Sprengstoff? Ja. Ja, verdammt. Vorwärts, Marines. Beste Getraltheite. Ich gebe ein Feuerschutz vorwärts. Ihr habt's gehört, vorwärts. Helgo, gehen wir. Ja, äh. Ich wollte eigentlich nur mal kurz den Granatendingsbus wechseln. Aber jetzt, also den Modus, dass man so zwischen Rauchbomben und Granaten wechseln kann und so weiter. Aber, äh, das hat sie ja jetzt schon erledigt. Okay. Geht so aus, als würden Sie das Munitionslager selbst erledigen. Okay. Dann mach ich das mal. Strickland. So, äh, wir haben ja jetzt gesehen, wie es geht. Ich schmeiß da einfach eine Granate rein und dann ist gut. Ups, da sieht mich einer. Maximale Panzerraum. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerraum. So, perfekt. Wow. Danke. Jo, ich suche sofort. Ich lade kurz mal nach. So, was haben wir jetzt zu tun? Rücken Sie zur Mine vor. Alles klar. Dann rücken wir mal zur Mine vor. Maximale Panzerraum. Na, sind hier noch Soldaten? Und ich höre schon wieder ein Hedi. Das ist schlecht. Da komme ich nicht rüber, ne? Mit dem, auch nicht mit dem Megasprung. Scheiße. Äh. Ja, gut. Dann müssen wir, denke ich mal, hier rum. Bleibt uns ja auch nichts anderes übrig, ne? So. Ach, ein See. Schön, den habe ich immer gerne. Vor allem sind Seen ja auch nie bewacht, ne? Ja. Und da kommen wir auch nicht hoch. Optimal. Dann können wir hier vielleicht hoch. Warte mal. Ops. Ach, verarsch mich doch nicht. Ne, da kommen wir nicht hoch. Schade. Gut. Alle Panzerraum. Ich höre die ganze Zeit ein Heli, aber ich sehe ihn einfach nicht. Das darf doch nicht wahr sein. So. Komm schon. Ab durch die Wälder. Ab durch die Büsche. Und dann geht es da hoch. Oder auch nicht. Hä? Wo geht es denn lang? Ja, ich gehe doch immer voraus, Strickland. Das kennt man auch hier. Ich muss doch hier alles alleine machen. Aber ganz ehrlich, ne? Wie komme ich zur Mine? Sind alles Berge. Ich gehe jetzt nochmal in die Richtung. Machen wir mal... maximales Tempo. Energie kritisch. Wollte ich gerade sagen. Äh, so. So, da kommen wir nicht hoch. Also wegen dem Heli, ne? Ich habe ja so ein bisschen Schiss gerade. Dass der uns sehen kann. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Also zumindest nicht laut dem Radar. Oh doch, jetzt werden wir gesehen. Das ist durch. Komm, 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 komm mal. So. Oh, komm, hier sieht uns jetzt keiner. Komm, 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 komm. So. Kurz mal angucken. Wie geht das hier aus? Da kommen wir hoch, ne? Und da können wir uns verstecken. Perfekt. So. 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 Äh, da geht's lang. Oh, Achtung. Hier sind Minen. Soll das gute Schild hier heißen. Danger. Meins. Ja. Seid vorsichtig hier, denn das ist auch meins. Haha. So. Ja. Strickland, das ist nicht so einfach. Sie sehen doch, dass hier alles, äh, alles Bömbi Bömbi ist. Machen alles Bumm Bumm, wenn man da durchläuft. So. Deswegen müssen wir durch den Wald gehen. So wie es aussieht. Jo. So. Okay. So. Oh. Oh. Okay. Vielen Dank.